Alles voller Klemmbausteine, die Wühlmäuse waren hier, Koffer, Bügeleisen, alles noch da und hier ist auch noch alles vorhanden, alte Radios drin, im 70er Jahrestyle von 2005. Hallo Freunde, grüßt euch, da ist wieder der Onkel David, der Guido ist wieder mit am Start. Servus Freunde. Wir haben eine neue Location für euch, die schauen wir uns jetzt an. Wenn ihr sehen wollt, was es ist, folgt uns einfach, bleibt dran und los geht's. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Oh. Auf Wiedersehen. 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 bestimmt Kaffeedose Mikrowelle, Geschirrspüler hier haben wir jetzt einen ganz alten Schrank hier steht jetzt auch noch ein Bett und wenn er hier oben mal guckt, das sieht ja auch richtig cool aus ja dann gucken wir mal hier entlang die Wühlmäuse waren hier, das war das Wohnzimmer Guido hat nur hier gewühlt ganz schön viel Spielzeug ja Wahnsinn das war bestimmtes Spielzeug von den Enkeln oder der Familie, die hier gelebt hat alles voller Klemmbausteine da liegen auch noch diverse Kuscheltiere das muss ich jetzt pixeln hier sind noch Fotos von den Enkelkindern oder Kindern hier auch Spielsachen Fernseher echt traurig Schreibmaschine und wieder Spielsachen auf dem Tisch ja dann kommen wir von dem Zimmer also von diesem Wohnzimmer geht es jetzt direkt hier in das Schlafzimmer hinein und hier haben wir noch einen Mantel liegen Koffer, Bügeleisen alles noch da wie gerade eben verlassen halt nur ein bisschen durchwühlt hier alles Schminkköpferchen hier auch Schminktisch die ganze Wäsche ist hier ausgeräumt worden das ist wieder so traurig warum muss man sowas machen da steht auch noch der Wecker und hier die Habseligkeiten der Großeltern dann haben wir hier eine Art Büro könnte das gewesen sein hier liegen viele Ordner nach hinten eine alte Waage und auch wieder ganz viele Anziehsachen das lässt schon wieder schließen dass ich hier ältere Herrschaften aufgehalten haben beziehungsweise hier gelebt haben schönes Winterbild haben wir gerade draußen ja dann gucken wir mal hier hinten entlang hier ist Toilette und da sieht man auch wieder das ist nämlich so eine Sitzerhöhung dass hier ältere Menschen gelebt haben ja hier wird es bestimmt ins Bad gehen hier haben wir noch ein Kind am Nachttopf und hier ist auch noch alles vorhanden hier steht das Shampoo noch oh ist das traurig und hier ja definitiv haben hier ältere Menschen gelebt so ein Sitzlift für die Badewanne die mussten auch noch Feuer machen für Warmwasser aber hier sieht man mal wie lang das schon unbewohnt sein muss so gucken wir mal nach oben oh wir sind schon auf dem Dachboden das sieht mal so aus boah ist hier kalt aber schaut euch diesen mega geilen alten Schrank an noch alte Radios drin allein die Verzierung echt schön aber wenn man sich überlegt was hier alles zurückgelassen wurde wo sich gerade wieder niemand drum kümmert ist wieder echt mega traurig hier wieder so eine uralte Nähmaschine kann man jetzt aber leider nicht erkennen welche Marke das ist ganz viele Prospekte ja und hier geht es genauso weiter Weihnachts Deko Weihnachtskugeln und hier ganz viel Mäusefutter und hier auch Schränke bestimmt noch voll ne ne ok aber hier sind sie voll Unterbodenschutz fürs Auto hier haben wir wieder so Pferdedinger hier hat man den um den Hals gelegt wenn man noch zwei gefriertruhen die lassen wir aber zu und dann gucken wir mal in dieses Zimmerchen aussieht aus wie ein Schlafzimmer im 70er Jahre Style aber hier ist ausgeräumt hier steht nichts mehr also vielleicht hat man ja hier mal angefangen und irgendwie nicht aufgehört der alte Kleiderschrank ist auch leer steht nur noch ein Receiver drin dann schauen wir mal in den nächsten Raum oh ein Kinderwagen wow das schaut sogar noch relativ gut aus dann auch noch ein Kinder Laufgitter eine Kinderwippe und hier hängt auch noch Omas Jacke so Freunde ab geht's im Keller super super hier steht die Handtasche noch von der Dame als ob sie gerade mal kurz weggegangen ist und Alter Wahnsinn hätte ich jetzt lange Haare die würden im Wind wehen Fokuhila ich folge dir Alter wie das ist steil runter du bist so klein aber auch noch eine alte Kartoffelwaage schön das ist der Waschraum und ich komme und jetzt kannst du alles ein bisschen genauer zeigen schön ja ich brauche fast keine Taschenlampe ich brauche Eierkartons ja ansonsten das ist so eine alte Waschmaschine oder Freunde das ist so eine alte Waschmaschine oder da unten hat man Feuer drin gemacht oder nee hä was denn das oder da kam ein Eimer oben drauf weil hier ist ein Wasserhahn den konnte man dann hier so rüber machen und unten drunter Feuer und da kam eine Schüssel rein und da konnte man dann bestimmt Wäsche waschen voll geil ja schau mal hier noch mal ein bisschen hier liegt noch neue Kohle also hier haben wir jetzt einen Kalender von 2005 das sind schon ein paar Jahre das sind ein paar Jahre ja ja und hier durch die Tür hier geht es dann nur noch in die in die Stallungen aber die sind nicht so interessant das ist auch zu ja das war es dann hier waren bestimmt mal Schweine drin oder Schaf und dahinter auch das sieht man mal wie die früher gebaut haben so einer Decke traue ich jetzt nicht unbedingt Guido so naja dann hauen wir wieder ab sind wir fertig so Freunde wir waren jetzt hier ist echt wieder übelst beklemmendes Gefühl hier drinnen herum zu laufen vor allem man weiß wieder nicht was sich hier ereignet hat garantiert mal was nicht schönes ja wir sagen jetzt hier auf jeden Fall tschüss und wünschen dem Haus hier noch alles Gute wir sehen uns im nächsten Video macht es gut euer Enkel David und der Guido ciao zusammen tschüssi ciao tschüssi 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 tschüssi